Appel von Innerville Graten Richtung Tallinn Abfahrt von Berglett Rechtsabzweigung in die Hochbergstraße Abzweigung beim 4. Hof in den Übergangsweg Der wilde Fürterbach Einmündung in die Straße zur Kamelisenalm Einmündung in die Straße zur Kamelinen Und wieder über den Fürterbach Blick zurück zur Kamelisenalm Und wieder auf dem Milchstraße Und wieder auf dem Berat Und wieder auf dem Milchstraße Und wieder auf dem Milchstraße Entsparte In einer Serpentine der Straße, der Startpunkt für die Wanderwege auf das Rote Kinkele. Auf der Wiese sieht man den Kirchenweg nach Innerwilgraden.